Bruder, Herzen aller Kraft! Wir haben gerade 3.000 Leute drinnen, Bruder! Respekt, Anna! Ja, Bruder! Nein! Gott sei Dank, alles gut, Bruder! Ich bin gesund! Ich habe nicht geschwemmt! Ja, ich mache den ganzen Daff-Tour seit ein paar Tagen. Ich darf nicht. Beste Nahrung, als ich mir denke. Schlimmig! Bruder, du bist gut im Training! Ich sperr schon, Bruder! Du bist nicht motiviert! Nein! Jeden Tag! Bruder, was war denn? Na, Sarapalekum Arafat, Bruder! Arafat, Salam Aleikum, was geht ab? Du bist an Berlin! An den Abitaka-Ferr-Ganali-Ali-Guba-Hebem-Gurass-Salaam! Ich habe gerade noch in Amsterdam in der Stadt, ich bin gerade in der Stadt und das Thema kurz Hallo sagen. Und das war's eigentlich! Bruder, hast du auf jeden Fall was dich herzmitgegeben heute? Was haben wir gemacht? Ja, ich weiß doch immer nicht, Ich spiele gerne so viel darüber, weißt du, ein Segen. Einfach wieder ein bisschen Reap. Ja, wohl. Auf jeden Fall hast du einen riesen Partner abgelassen, Bro. Also ich glaube, es ist der abgefucktenste bis jetzt, glaube ich. Oh, meinst du? Da ist mir noch was in Fettung an. Ja, da kommen noch ein paar, ein, zwei Sachen. Aber du weißt selber, keine Lust mehr. Ich komme einfach mit dem Vorschlag. Keine Sorgen. Macht euch keine Sorgen, ich komme. Macht euch keine Sorgen, ich bin da. Ich bin da, ich bin da. So sieht es aus. Ja, dann auch. Ich bin mal echt gespannt, wie die Leute das annehmen. Der Trainer ist gut gelaufen. Ja. Die Leute sind auf jeden Fall zufrieden. Du warst doch der Einzige, für den ich ausfahre. Wenn ich kurz aus dem Winter schlafen rauskam. Das ist das Fischprogramm. Du weißt doch, Bruder. Da kriegst du alles angemacht, Alter. Da musst du auf jeden Fall aufstehen, Alter. Danke, Bruder. Frankfurt zufrieden. Was sagst du, Bruder? Und sehr gut empfangen in Frankfurt zufrieden. Ja, Alter. Dankeschön, Bruder. Sehr gerne, Bruder. Und jeder zeigt, du weißt doch. Die nächste Runde geht auf dich wieder. Dann gibt ich Steak-Esseneinander. Dann essen wir ein ganzes Steak-Ess. Tschau. Erstmal zwei Meter hinten und den Tag essen. Und? Ein, genau. Äh, ganz. 3, 3, 18 Karaten. Äh, äh. Was, was, 18 Karaten? Bruder ist gut. Scheiße, wo ist der in den Kast? Ja, Bruder. Deswegen 3, 18 Karaten. 3, 18 Karaten. In der Stelle, du mal an der Scheiße, Bruder. Fuck. Ja, an Adios geht der Kittert auf jeden Fall, Lala. Auf jeden Fall, Adios geht der Kittert auf jeden Fall, Lala. Auf jeden Fall, Adios geht der Kittert auf jeden Fall, Lala. Hoffentlich kommt die beiden frei auf jeden Fall. Und, äh, mach das mit raus, Lala, Bruder. Hey, komm, jetzt mal eine Frage, Bruder, ne? Ja, mach mal eine Frage, Bruder, ne? Was ist deine krasseste Line von mir, wie du feierst auf dem Trick, mein Bruder, und dann sag ich dir welche Line im Gegenfeld von dir? Ab meinem Mann in den Bergen und am Hafen die Torse. Weißt du, was meine Lieblingsleine ist? Die Scheinehund nach Brooklyn gegangen. Er bekam den Schiff mit seinen Kopf an. Ja, eigentlich. Und alle Sachen. Ne, auch authentisch, Bruder. Wir haben da wirklich, Gott sei Dank, echt gut mal vor, Bruder. Dann warten wir mal auf die Fans an, da. Ob die Bock haben auf die Straße. Ich bin gespannt, was sie sagen, oder? Ja, Mann. Ja, Mann. Dann drehen wir uns, Bruder. Dann kommst du mal rum. Bruder, ich mach jetzt hier noch ein bisschen Unterhaltung, Arbeiten, wenige Wochen, und dann gehe ich erstmal einen Kurs für Bruder. Dann bist du mir recht eingeladen, Bruder. Sehr gerne, Bruder. Nehmen wir unsere Kinder mit, dann gehen wir ein bisschen durchstehen. Ja. Ja, das ist jetzt auch, Bruder. Das kann ich mir nicht vermissen. Geiler, super. Also ich hoffe, wir machen, was die Workshops sehen, dass ihr macht euch. Ja, Bruder, es macht dann, äh... Jeder macht seine Sachen. Nächstes über viele Sachen. Streams kaufen, was ich gewinne heute. Schau uns ab. Bruder, wir kommen mit dem Vorschlaghammer, Bruder. Was wir rappen, ist einfach Fakt. Ander und alles andere interessiert uns nicht. So sind die Ausnahme, ne? Wir wissen, welche Power, wir kennen uns. Wir wissen nicht, wer unsere Leid sind. Wir wissen, was wir da sagen, Bruder. Und wer es versteht, herzlich willkommen, wenn ich... Wir sollen... Wo sieht's aus, Bruder? Bermuda Kolja. Ja, gut, mein Bruder. Dann bereite ich mich noch ein bisschen vor. Dann heißt es auf jeden Fall gleich Thymaron, Kolja Goldstein, die Bermuda-Dreieck mit alles finden, Bruder. Danke für den überragenden Partner, mein Bruder. Liebe Grüße an meine Familie, an dein Kind. Und ich freue mich, bis bald, mein Bruder. Lass es durchgehen, ne? Ruhigen. Jetzt geht's. Auf jeden. Was sagst du, Bruder? Jetzt geht's. Okay. Mit Sicherheit nach Hause. Wie geht's jetzt an? Ach so, du bist so, Bruder, Bruder. Ich hab dir keinen Sinn, du hast ruhig gedacht. Okay, okay, okay. Das war's. So, okay. Okay.